Hallo und Hallöchen, meine lieben SSO-Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht, ich bin gerade schon mit meinem Friesen unterwegs und das wird heute mal ein anderes Video, ein etwas anderes Video. Und zwar wird es ein Infovideo über meinen Kanal und über mich. Also, ich fange jetzt mal mit mir an. Ich bin 13 Jahre alt und habe ein Pferd, das heißt Rinaldo, ich bin das Name Rino. Dann habe ich noch eine Katze, liegt bei mir schon einmal auf dem Bett, heißt Möhrchen. Und ja, das war es so eigentlich bei mir. Ich habe noch einen Bruder. Und ja, dann jetzt so über meinen Kanal. Vielleicht mache ich gleich mal einen Shopping. Muss gucken. Auf jeden Fall, ähm, ich wollte euch fragen, ob ich vielleicht mal Minecraft bringen soll. Oder es ein reiner Pferde-Spielkanal sein soll. Weil wenn nämlich ein reiner Pferde-Kanal, könnte ich nämlich auch noch, glaube ich, andere Pferde-Spiele, Let's Playen oder so ähnlich, mal machen. Weil ich glaube, daran würdet ihr euch, glaube ich, auch freuen. Und, ähm, was möchte ich noch sagen? Auf jeden Fall seht ihr, glaube ich, dass schon die Qualität von meinen Videos ein wenig besser ist. Weil, ähm, ähm, wie soll ich sie jetzt ausdrücken? Ähm, ich habe eine neue Grafikkarte bekommen. Und die war halt vor bei meinem Bruder am PC drin. Ähm, dann ist sie aber leider kaputt gegangen. Und wir haben es irgendwie geschafft, die wieder hinzubiegen. Naja, eigentlich nicht irgendwie. Mein Vater hat dann mal so rumgegoogelt, was man da machen kann. Und so ähnlich. Hat er, ähm, auf der Seite Chip, eine ganz berühmte, ähm, Computerseite, gesehen, äh, und sich das mal durchgelesen, dass man eine Grafikkarte 20 Minuten in den Backofen schieben soll. Und dann würde sie wohl wieder funktionieren. Das haben wir dann gemacht. Und es hat funktioniert. Also ich bin auch total happy, dass es jetzt funktioniert. Und auf jeden Fall werde ich dann jetzt gucken, dass ich vielleicht einmal die Woche so ein Video bringe. Ähm, was ich für ein Video bringe, müsste ich gucken. Vielleicht mache ich eine Woche Star Stable, eine Woche Lichtjahr Online und vielleicht eine Woche Minecraft oder so. Und ja, was spiele ich zur Zeit noch so, ohne dass ich es aufnehme? Ich spiele Minecraft, Leech of Legends, World of Tanks, und noch andere Spiele, von denen ich gerade die Namen nicht mehr weiß. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, mir auf meinem zweiten Kanal zu folgen, wo wir Real Life Videos aufnehmen, Challenges und 10 Arten Videos bei meiner Freundin, also mit meiner Freundin und mir, könnt einfach mal in die Infobox reingucken. Ich habe euch da den Kanal LelulaTV verlinkt. Und da könnt ihr dann auch gerne mal verbauchern und ein Abo da lassen, vielleicht. Auf jeden Fall, glaube ich, war es das jetzt so, von dieser kleinen Info. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und mich würde es sehr freuen, wenn ihr mich abonniert und ein Like da lasst. Ciao, eurer Loma.